Also mit dieser Frage haben Sie natürlich einen großen Sack aufgemacht. Mich hat es zehn Jahre meines Lebens gekostet, über die Bedürfnisse nachzudenken. Daraus ist meine Habilitation geworden und das Buch Die Macht der Bedürfnisse. Und ich bin dabei zu dem Schluss gekommen, dass es in höchstem Maße gefährlich ist, von Grundbedürfnissen zu sprechen. Und habe mich also entschlossen zu sagen, es gibt sie nicht. Grundbedürfnisse sind, also das, was wir als Grundbedürfnisse auf den verschiedenen Katalogen, ich habe sie damals alle sehr gründlich studiert, die Kataloge der Grundbedürfnisse, Nahrung, Kleidung, Wohnung, Arbeit, Bildung, das war so ein Katalog, so ein Grundmuster. Die Grundbedürfniskataloge entstehen immer als Reaktion auf etwas, das zuvor knapp gemacht wurde. Bedürfnisse sind, also das ist mein, ich sage jetzt, was für mich dabei rausgekommen ist, bei meinem Nachdenken, Bedürfnisse sind immer eine Antwort auf Verknappung. Etwas, was noch nicht knapp ist, erzeugt keine Bedürfnisse. Daraus bediene ich mich. Erst wenn etwas knapp ist und der Zugang zu etwas prekär wird, schwierig, wenn die allgemeine Zugänglichkeit von etwas verloren gegangen ist, entstehen Bedürfnisse. Dann muss ich jemanden fragen, der mir, dann ist ein Zaun drumherum. Also ich mache das mal in einem Beispiel deutlich, um klar zu machen, was ich meine. Noch gibt es kein Grundbedürfnis nach Atemluft. Es steht in keinem der Kataloge. Aber wenn die Atemluft mal so dick sein wird, dass wir sie nur noch in Scheiben schneiden können, dann wird es ein Grundbedürfnis nach Atemluft geben. Also Bedürfnisse entstehen, die Definition von Grundbedürfnissen entsteht immer in Reaktion auf etwas, das systematisch dem Darinsein und dem Zugänglichsein entzogen ist. Noch gibt es kein Bedürfnis nach einem regelmäßigen Wechsel von Helligkeit und Dunkelheit. Aber hätte damals diese Technologenmafia aus Amerika sich durchgesetzt mit jenem großen Reflektorenmonster, das dann 24 Stunden Helligkeit auf der Erde hätte bescheren sollen, um drei Ernten oder sowas einzufahren, die haben das wahrscheinlich alle noch im Kopf, dann gäbe es das Grundbedürfnis nach Helligkeit und Dunkelheit. Also Grundbedürfnisse zu benennen heißt eigentlich immer zu sagen, was ist den Menschen entzogen worden, was sie nicht mehr mit ihren eigenen Fähigkeiten in Gemeinschaft mit anderen aus eigenen Kräften sich zuführen können. Erst dann entstehen Bedürfnisse. Weil das Bedürfnis immer zur Voraussetzung hat, dass mir jemand sagt, was ich wollen darf. Und wenn ich wollen darf, dann muss ich jemanden fragen, der die Befriedigungsmittel verwaltet, wie ich an die Befriedigungsmittel komme. Im Regelfall mit Cash. Aber das kann auch mal mit Wohlverhalten oder was sein. Irgendwas können Sie als Deal anbieten. Aber Bedürfnis hat immer zur Voraussetzung, dass etwas der allgemeinen Zugänglichkeit entzogen ist und dass ich deswegen eine Gehorsamsleistung oder eine Unterwerfungsleistung erbringen muss, damit es mir zuteil wird. Bildung ist ja nicht knapp. Sie können sich in jeder beliebigen Situation bilden. Nehmen Sie irgendetwas, was Sie auf der Straße sehen auch, und sei es ein untergefallener Tannenzapfen, und betrachten Sie ihn so intensiv, wie der Tannenzapfen zu betrachten ist, also wie er auch verdient, betrachtet zu werden. Ich schwöre Ihnen, Sie gehen hinterher gebildeter von dannen, als Sie hergekommen sind. Also Bildung an sich ist etwas, was der allgemeinen Zugänglichkeit nicht entzogen ist. Nur die bescheinigte Bildung, die zertifizierte, das Diplom, das, mit dem ich meinen gesellschaftlichen Rang bessern kann, ist knapp. Alle andere Bildung ist im Prinzip nicht knapp. Dass die Dinge heute weniger erzählen über sich selbst und es deswegen schwerer als Zugang zu ihnen zu finden, ist eine andere Frage. Das will ich auch nicht kleinreden. Aber im Prinzip können wir sagen, am Beispiel der Bildung könnten wir uns noch ganz gut klarmachen, was es heißt, wann etwas Bedürfnisse erzeugt. So viel um die Frage, jedenfalls, das, glaube ich, braucht es noch, deswegen habe ich ein bisschen länger geredet. Ich verspreche jetzt, kürzer zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.